Tom Jackman ist eigentlich ein ganz normaler Familienvater. Wäre da nicht sein zweites Ich. Nicht wegrennen. Die Löwen rennt nicht weg. Weißt du, wer wegrennt? Die Beute rennt weg. Lassen Sie mich los! Regelmäßig verwandelt er sich in sein alter Ego. Doch leben beide getrennt. Sie teilen sich weder Erinnerungen, noch können sie direkt miteinander reden. Mit einem Diktiergerät gelingt aber die Kontaktaufnahme. Tom versucht zunächst einen Deal mit seiner dunklen Seite zu schließen. Doch im Laufe der Zeit geraten er und Mr. Hyde immer öfter aneinander. Es ist nicht deine Familie! Es ist nicht deine Familie! Es ist nicht deine Familie! Tom? Stimmt was nicht? Mit Jekyll, Blicke in deinen Abgrund, wird die bekannte Geschichte in das 21. Jahrhundert transportiert. Alle sechs Teile der Mystery-Miniserie und ein extra langes Making-of wurden auf zwei DVDs gepackt und sind gerade erschienen. Die Schriften waren fantastisch. Die Schriften waren fantastisch, unglaublich, unglaublich, schrecklich und schrecklich und schrecklich. Und automatisch war es etwas, was mancheinend zu tun, was mancheinend zu tun. 분들igen Sie einen Vielen Dank.